So, wir sind immer wieder in der Werkstatt und Celeta ist der Job dort und ja, also die Probleme sind wahrscheinlich die Einstieg von Wache und die Benzimpumpe und jetzt bauen wir alles aus, wird alles gereinigt, aber jetzt müssen wir natürlich erstmal Sprit ablassen, weil ich habe vorgestern noch getankt gehabt und ja, das muss erstmal raus. Der ist hier, die Pumpe. So, das ist schon mal gemacht, Benzimpumpe ausgebaut und jetzt schauen wir mal, ob das was klingt. Das ist ja Legos. Das ist sehr süßig, sehr süßig. Das ist sehr süßig. Das ist sehr süßig. Danke an BMW Motorrad in Deutschland, an die Konstrukteure von der F800GS für diese Scheiße. Da brauchst du, das ist ja kein Wunder, dass es zu teuer ist im Service in Deutschland, weil du brauchst so zwei Stunden, um die Karre auseinander zu nehmen, um überhaupt mal irgendwas zu tauschen. Zeig mal im Vergleich nochmal zu der 1200er. Komm, ich geh nochmal raus. Das ist wieder gut, liebe Konstrukteure von BMW Motorrad. Da brauchst du einfach an die Seite ranzugehen und tausch die Zündkerzen. Du kommst überall super ran. Du kommst super an die Batterie ran, du kommst da ran, du kommst jetzt mittlerweile gut an die Kupplung ran. Ist ja auch ein neueres Modell, Micha. Man lernt ja auch dazu. Man kann es ja auch einfach machen. Okay. So, wir sind jetzt schon etwas weiter und schaut euch das mal an. Sehr dreckig. Aber das ist normal. 150.000 Kilometer mit dem Motorrad. Ist noch normal. Ja. Noch normal. No nuevo. So, wir haben jetzt die Drosselklappen rausgeholt. Und... Ja, ist ein bisschen dreckig. Bisschen. Bisschen. Ähm... Also die Drosselklappen werden jetzt gereitigt. Das komplette Geteil. Und dann kommen natürlich noch die Zündkerzen dran. Die sind hier drunter. Die kommen wir auch raus. Und damit müssten wir dann eigentlich das Problem durchbrechen. Und dann machen wir das. Und es leer. Und jetzt wird das Ganze auch hier. Und dann flauseln. Und dann hier. Und dann woher geht's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es ist ein bisschen. Oh, no, I have to drink more. I do it down in the parking lot of my apartment. The motorcycle is also a bit of a pseudo, right? So wide is it not. Adventure Motorrad. So wide is it actually not. It's also a total show. Look at this. It's just built on it and then you call it Adventure. It's a pseudo spoiler. It's just like a KLR. It's just so wide. Look, now the whole Pseudokran comes to the side, so you can see it a bit more wider. Maybe you have such a shoulder shoulder. Maybe you have a shoulder shoulder. Maybe you have a shoulder shoulder. So it looks like if you have a push-up BH, but you don't have a wrist. And then the young man doesn't have a wrist. So you see it as if you make the Adventure just the side of the side down. You can see that there is actually nothing. It's just a show. Show! Show 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 show! I'm going to take a look. What are you going to say? I'm going to take a look. I'm going to take a look. Yes, I'm going to take a look. My baby. My baby. Your baby. So, Micha, tell me your happy face. Is this your happy face? I'm going to take a look. Dr. Giuletta. I'm going to take a look. You know, what does it mean? I'm going to take a look at! Oh, gotcha? Matt? I'm also going to take a look. Yeah, it's gonna go. Hahahaha